Ja! Mein Pentapod hat den ersten Flugtest bestanden. Mal sehen, wie er sich im Wasser schlägt. Ausgezeichnet. Jetzt seh ich lieber mal nach Spidey. Also gut, mein Freund. Was sagst du? Ich bin bereit für den Testlauf. Aber das war der Testlauf. Ach ja? Ich hab den Pentapod erst durch die Luft, danach durchs Wasser und über den Boden geschickt. Hast du das etwa gar nicht gemerkt? Nein! Wow! Für mich hat es sich angefühlt, als hätte ich mich kein Stück bewegt. Prima! Das heißt, der Pentapod funktioniert. Okay, aber wofür ist der Pentapod überhaupt gedacht? Er soll seine Insassen vor sämtlichen Gefahren schützen. Überflutungen, Lawinen, Feuer. Und außerdem kann er auf sämtliche Bedürfnisse seiner Insassen reagieren. Warte, soll das heißen, wenn ich Hunger habe, besorgt er mir einen Snack? Ja, das ist korrekt. Ist ja unglaublich! Und er besteht komplett aus Vibranium? Ja, ganz genau. Vibranium ist das stärkste Metall des Planeten. Danke, dass du mir beim Testen geholfen hast, Spidey. Aber klar, Black Panther. Ich helfe immer gern. Gut, und jetzt muss ich zum Abschluss nur noch einen letzten Systemcheck durchführen. Ich kann dir gern dabei helfen. Großartig! Überprüfst du die Schaltkreise? Ich übernehme die Energiezufuhr. Wird gemacht! Da ist es, Kerl! Das Flugobjekt, das wir gesehen haben! Ha! Und sieh nur, wer das Ding gebaut hat! Na, Black Panther, du Blechdose! Das bedeutet, dass in diesem Ding Technologie aus Wakanda steckt. Die ist natürlich nicht besser als meine Technologie, Kerl, sondern... Ja, schon gut, du hast recht. Vielleicht minimal besser. Und wenn ich mir das Vibranium hole, kann mich niemand mehr aufhalten. Oh, ich klau mir dieses Teil! Was? Ich kletter da ganz bestimmt nicht rein, sondern du! Genau, du schleißt dich rein und fliegst es in mein Versteck. Und lass dich ja nicht von den Superschluffis erwischen. Sieht bei dir alles gut aus? Yep, ich muss nur noch ein paar Muttern nachziehen. Dann holen wir mein Werkzeug. Ich verschließe den Pott. Kerl, die Tür ist natürlich verschlossen. Also hör auf, da rumzualbern. Um die Tür zu öffnen, musst du die Kabel hinter der Seitenklappe umpolen. Und nach ein paar weiteren Tests ist der Penta-Pott vollständig einsatzbereit. Oh, sieh mal! Das ist Kerl! Schaut Spidey und seine Superfreunde im Disney Channel. 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 Schaut Spidey und seine Superfreunde im Disney Channel.